so mit zwischen controller wieder da führen sie eine vernichtende psychische attacke gegen ein gegner aus der sich ihrer anwesenheit nicht gewahr ist wenn auch mit der gegner eine folge angeführenden kopf eines gegners wird diesen wert benommen machen dass sie einen wurf angriffen ausführen können oder kommt schießen dass der kopf explodiert eigentlich bessere lösung hey der aufzug funktioniert unglaublich aufzüge im bradfall bitte nicht benutzen sage ich doch im im bradfall nicht benutzen das ist gerade das erste mal dass in resident evil so eine art love story erwähnt wird außer dem siebten noch achja schön aussieht weißt du ob es gut ist mach nicht so schnell weil sonst fällst du runter wow oder du fällst runter ja weil du mich schubst dann ich suche nur R2 drücken ja ich auch wenn du zu schnell machst dann darf ich dich auffangen komm Alter warum lebt der immer noch was ist mit diesem kerl los hey Schätzchen ich komm gleich Schluss wir müssen unsere Verlobung noch feiern der war nice der move ha ich auch ich auch ähm Sneaper meine Verlobte ich muss sie retten warum muss ich grad nachladen warum machst du nix oh der fotz ziehen gerade ah 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 hinter uns nein direkt vor uns nur der war grad nur ich war grad im sniper wies auf einmal mal schwarz ist vor mir weißt du wie seltsam das gerade war ey wo ist meine Verlobte ich sehe meine Verlobte nicht konntest du mal ich in Ruhe das nur dreckszombie warum ist er da so stark äh ach so was du du Arschloch da hinten ist ein gutes graut und ganz viel erfahrungspunkte gern geschehen von viel munition ich schieß ihm ganz auf die helfe wirklich gerade Mann du bist so schwer sag wie mit den fetten titten ne du schubst mich ich versuche es zu machen äh das war nicht dich halte einfach an mir fest schätzchen kletter mal schneller kletter mal schneller ach 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 ich hab's nicht geschafft ach ich bin oben ja ich hab's dir grad kriegt er im event ich musste gerade x und 4 drücken weil mich geschnappt hat schon wieder nicht geschafft ich kann's mal jetzt grad nur zuschauen schön für dich komm schon holieren was machst du eigentlich damit er runterfliegt ich sehe nur dass er versucht hochzukommen und dann rutscht er immer wieder runter ich mach gar nichts das ist ada ich hab's geschafft äh wie kam denn jetzt so schnell vor mich was ist das das was nicht so schätzchen wir müssen unsere verlobung feiern was nein nein sie ist tot was du kannst mir helfen ich konnte gerade noch nichts machen hat die ganze zeit auf den schlossen ich habe entspannt einschlafen das fasst du auch nicht sehen ausprobieren nein akimussal au au wieso zu subnmg Nein! Danke, Ada, Schätzchen. Äh, ich soll euch nicht direkt vor ihm stehen. Äh, Entschuldigung, Schätzchen. Wow. Der übrigens ist kein Schatzschutz. Das schaffen wir zwei schon hier. Ich habe ein Elder, Schätzchen. Und 60 Schotter Munition. Äh, was ist da passiert? Ah, du heilige Scheiße, habe ich gerade gezahlt. Ich habe so bezahlt, dass du auch so sehen kannst. Weiß, der glättlich, was mache ich im Instaar öffnen? Äh, aus. Äh, 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 äh. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin tot. Ich kenne die Szenen auch sagen. Ich kenne die Szenen irgendwoher. Was sie? Der Name ist unter seinen Füßen. Äh, das Munition. Äh, der Schatz. Ich weiß nicht immer, was man will, Simons. Nein. Nein. Machen wir. Schatz. Okay, passt. Ist er jetzt mal tot? Der ist ein halber Wesker, natürlich nicht. Nein. Wesker war viel cooler. Aber das kann sich nicht verwandeln, um OP zu sein. Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ada! Worauf warten Sie? Gehen Sie ihr nach. Hat sie gerade dackeln gesagt? Wir bleiben zusammen. Gehen Sie ihr nach. Okay, ich habe da kein Verstanden. Endkampf. Wup, wup. Was? Was war es doch nicht? Nein. Tolles Abschiedsgeschenk. Danke, jeder Schatz. Du nimmst vier, ich nehm vier. Da ist unser Rückflugticket. Das wird aber nicht reichen. Äh... Du tust gut daran, wenn du mal kippierst. Sag's noch mal. Es ist in der Regel immer, dass der letzte Bosskampf mit dem Raketen, der verpflichtet wird. Äh... Hast du abbekommen? Nein, dass du mich hast. Ich hab gerade davon selber gehalt. Ja, aber ich habe eigentlich gerade Spritzen benutzt. Aber. Um mich zuheilen. Äh, nicht Spritze, sondern halt... Was für die Spritze? Die Pfille. Danach. Das wollte ich nicht. Äh, es klappt. Äh... Was passiert so gerade? Wie gesagt, ein Festball für die Totenbeißen Emblem. Mit Wörter. Ah. Ergeben wir aus der Sicht. Ist der weg? Was ich genau so perfekt davon habe, dass ich das nicht überhaupt nicht mal sehen konnte. Entschuldigung, ich muss das jetzt auch noch machen. Kisten. Entschuldigung. Wir müssen zu diesem Helikopter. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen zu diesen Kisten. Wir müssen zu diesen Kisten. Sollte es die letzte Tür sein, wo wir zusammen auftreten, tun wir das für diese Geschichte. Äh... Das ist das, was ich dich hochschmeißen und den Arsch sehen darf. Äh... Was war das? Das letzte Mal, dass wir getrennt werden voneinander. Äh... Äh... Ist das, was bei mir? Ist das, was bei mir? Ist das, was bei mir? Was war bei mir? Das ist mir egal. Ich muss sich da warten. Ich schieße ein bisschen auf... Ähm... Ich schieße ein bisschen auf... Ähm... Oh... Oh... Der wird gerade so das Flieger. ja ich muss ja die fliege abschießen und nachladen natürlich nachladen macht er mir stress kannst du mal schneller machen da vorne ich kann nur ab in einem bestimmten zeit muss das ding drücken ach so dass weil es da und fährt meine fresse ach so du bist bei mir okay ich dachte ich habe auch so etwas geschossen meine zugeschlagen ist auch geplatzt ist das ist die letzte tür sein die letzten kissen mit denen du mich nerven kannst weil du den arsch tritt das sagten sie bereits gut rein mit einem schick tritt gut gemacht du bist auch noch zum großen starken mädchen simmons langsam wird es langweilig und eklig dich so scheiße ist das gar nicht verlieren ist er dann scheiße wenn du gefressen wirst oder zu scheiße wirst oder was du konzentriert sich nein wo kommt bekommt die ganzen zombies her meine güte aufgespüßt dankeschön das wollte ich nur erreichen und wie hast du das erläuft indem er den zombie aufnimmt der wurde dran ach so ok in letzter sekunde ich hatte auch das ding ja was soll ich sagen dass da irgendwie hoch du kannst sagen was du willst aber der wander ist ich muss hier erst ein zombie aufschließen ja dann mach ich schon er hat den schlaft gesorgt auch nimm den doch der sieht so gut damit nicht ich will warum hast du denn das umgebracht kamera simon da vorne simon simon hier ins gesicht schießen ich habe nichts vertreten können das heißt nicht raffet sonst ist der strange was ist jetzt wie viel hält lirn aus bitte du musst doch schon längst tot sein auf zum heli der boden ist instabieren laufpflante boden übrigens lauf das ist jetzt ein reiner muss das du mal losläufst ich bin mit euch weiber die die ist jetzt hat mich geschossen da hängt was aus dem heli raus benutze es mal bitte auch nicht durch was ich muss fliegen oder ich habe gerade nach seiner fresse gesucht du arsch kassel reden zwischendurch was sie ja weh du lebst doch immer das zeichen was unter dem obelisken ist das ist so viel blut drin hat hallo was das ding ist für meine schwester na los auf zum hubschrauber und ich hatte eine schwester was hast du vorhin gelabert ich habe noch sein nach seinem schädel gesucht wo du geschossen hast wollte noch ins gewächsfest schauen ist mir egal wir fliegen jetzt puh da nicht butter mal ein verlobungsring ne einfach nur das zu sehen dass du scheiße aussiehst hier du bist eine frau du kannst es gebrauchen ach gott weise für simmons schuld somit für ihre unschuld unsere unschuld ich habe meine unschuld wieder du hast ihn doch nie verloren was die da hieß grad Was? Da stand gerade aus dem Telefon, Ingrid. Okay. Zufrieden? In Ritaligan. Und da frage ich mich immer noch, was mit Sheva passiert ist. Sheva ist eine Afrikanerin. Sie sind Afrikaner geblieben, wahrscheinlich. Ich habe genug gemacht. Auch weil ich in diesem Bosskampf eigentlich nicht viel gemacht habe. Ja, ich wollte gerade zeigen. Ja, wir haben das erste Session durch. Ey. Das Kapitel Dien und Talena. Ja, und auch Zeit. Ja, mal schauen, was du als nächstes machen. Ja, ich glaube, die Dinge kommen durchgehend jetzt. Also, auch bei den anderen Kapiteln kommt Abspann. Natürlich kommt Abspann. Ich weiß nicht, ob du... Hm? Natürlich kann man den anderen auch abspannen, aber ich kann es nicht überspringen. Doch. Nein. Jetzt. Okay. Dann müssen wir beide zu sagen. Jo. Oh. Friedhof, schaut so süß. So. Wie Deborah. Wie? Harper? Mhm. Das ist ein Harper. Es ist nur eine Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Es ist nur eine Zeit, dass ich Verantwortung übernehme. Was? Meine Rolle beim Angriff... Die Untersuchungskommission hat die Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan. Ja. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Ja. Hatte Hannigan gerade immer noch ihre Telefonstimme? Leon? Ja. Das kannst du besser gebrauchen. Hatte Hannigan gerade auch die Telefonstimme? Scheiß Synchronsprecherstudio. Ich bin nicht einmal gestorben und habe viel mehr Freunde als sie gekült. Es können nun acht Fähigkeiten gewählt werden. Sie haben einen Erkennungsmangel erlangt. Ich habe gerade 20 Gegner mehr zugeküllt. Ich habe doch mit dem Angriff gemachten geküllt. Ein Partner vor dem Tod hast du gar nicht. Das Kapitel abgeschlossen ohne in den kritischen Zustand zu kommen. Nee, du hast das gemacht. Ja, das habe ich. Ja, das mache ich. Ein Gegner mit einem Gnadenschuss getötet. Habe ich doch. Fünf Kopfschuss in Folge ausgeführt. Bitch. Bist du zufrieden? Ein Gegner unter Nutzung der Umgebung getötet. Vom kritischen Zustand erholt. Ein Gegner mit Hilfe eines anderen Gegners getötet. Die haben Dereks Dasein ein Ende bereitet. Er hatte einen Rennen ein Gegner zu Fall gebracht. Okay. Ja, das ist ja geil. Ihr und Aedas Pfad haben sich erneut getrennt. Sollte es nicht euer heißen, nicht ihr? Ach egal. Ja. Kein Twin Tower, sondern ein Quad Tower. Tja, muss ja sein. Dann war's das für hier mit Resident Evil 6 Leon Kapitel. Wir sind dann beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Kapitel. Also Charakter. Ciao. Genau. Ciao. Ciao.